Ich habe damals viele Angebote von Vereinen gehabt, aber die SG war der erste Top-Verein, der mich angefragt hat und zudem haben Mike und Dirk mir ein sehr gutes Gefühl gegeben und die Gespräche waren so überzeugend, dass ich nicht lange überlegen musste. Ja, das ist eine riesen Ehre auf jeden Fall, weil es eine tolle Mannschaft ist und der deutsche Handballbund einfach eine tolle Geschichte hat und da jetzt als Kapitän aufs Feld zu laufen für diese tolle Mannschaft ist ein ganz besonderes Gefühl. Ja, schauen wir mal. Erstmal wollen wir die Zeit mit Lasse genießen und so erfolgreich wie möglich spielen und ich finde, das hat er auch nicht verdient, dass wir jetzt schon über seinen Nachfolger sprechen und was danach kommt, schauen wir zur gegebenen Zeit. Ja, das ist für mich schwer vorstellbar.